Herzlichen Glückwunsch Wolfgang Petersen. Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent wird 75 Jahre alt und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In den 70ern startete er als Tatort-Regisseur durch. Mit Das Boot schrieb er Anfang der 80er Filmgeschichte und ihm gelang der Sprung nach Hollywood. Noch im Dezember verriet uns Petersen über sein Erfolgsgeheimnis. Das Wichtigste ist eine totale Besessenheit für das, was man macht. Wenn man nicht wirklich, wirklich liebt, was man macht und nicht aufgibt und immer versucht, noch besser zu sein, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, bei jedem Film, du musst dich nochmal ganz neu erfinden, neu beweisen. Und wenn man diese Antriebskraft hat, dann bleibt man lange im Geschäft. Derzeit arbeitet Wolfgang Petersen an seinem neuen Streifen 4 gegen die Bank. Eine Gauner-Komödie mit deutschen Topstars. Wir freuen uns in jedem Fall auf viele brillante Filme von Wolfgang Petersen.